Der Körper, der sich zum Bewusstsein wandelt, hat so große Angst, ins Unbekannte zu treten. Er wird alles versuchen, um uns abzulenken. Du spürst Jucken oder Schmerzen oder Blähungen oder Kopfschmerzen oder Übelkeit. Der Körper sagt quasi, nein, 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 das letzte Mal, als du ins Unbekannte getreten bist, da ging alles schief. Du wurdest betrogen, du wurdest manipuliert und es hat sehr wehgetan. Es ist genau wie auf meiner Ranch, wo die Hengste in großen Koppeln untergebracht sind. Und zu Beginn hatte ich keinen elektrischen Zaun. Die Hengste konnten die Stuten auf der anderen Seite riechen. Sie rannten dann buchstäblich durch den Holzzaun durch. Diese großen Tiere brachen einfach durch. Und dann rannten sie zum Hügel. Und die Natur rief sie. Wir installierten einen elektrischen Zaun und sie versuchten dann diesen ein paar Mal zu berühren, bis sie genug hatten und vom Zaun fernblieben. Das nennt sich Konditionierung. Du bemerkst eine Veränderung und du bist dann plötzlich hellwach. Du bemerkst, dass plötzlich dieser elektrische Zaun da ist. Und jetzt kannst du mit fünf Männern versuchen, den Hengst zum Zaun zu schieben, aber er wird sich wieder setzen. Er hat sich an die Koppel gewöhnt. Das Gleiche tut Schmerz mit uns. Du willst nicht wieder Schmerzen spüren und dein Körper wird sich automatisch wehren. Wenn du damit beginnst, eine Person aus ihrer Komfortzone herauszunehmen, dann wird der Körper mit Verunsicherung reagieren. Folge unseren Anleitungen. Fokussier dich nicht auf deinen Körper und jedes Mal, wenn der Körper sich bemerkbar macht, dann hol ihn in die Gegenwart. Und sag ihm, ich werde dich später schlafen lassen. Ich werde dich später essen lassen. Und du kannst dann Kaffee trinken. Du kannst danach deine Augen öffnen und duschen. Du kannst dich danach hinlegen. Was auch immer. Aber jetzt bist du nicht mehr der Mind. Ich bin der Mind. Und jedes Mal, wenn der Körper das tut, dann hol ihn in die Gegenwart. Und damit trainierst du dieses Pferd. Du sagst ihm, dass es nicht mehr der Mind sein kann. Du bist der Mind. Genauso wie wenn man ein Tier trainiert, wird der Körper realisieren, dass dein Wille größer ist als sein Programm. Und er wird sich fügen. Und wenn er das tut, kommt es jedes Mal zu einer Freisetzung von Energie. Und alle sagen das Gleiche. Ich bin froh, dass ich nicht aufgegeben habe. Es war die Mühe wert. Ich habe mich gezwungen, weiterzugehen. Und jedes Mal, wenn du das tust, dann wirst du dich im Unbekannten wiederfinden. Und sobald du dich am Kopf kratzt oder gähnst, bist du wieder im Bekannten. Sobald du zu gähnen beginnst, sagt der Körper, ich will das nicht tun. Hör zu, wenn du ein Treffen mit dem Göttlichen hast und du erscheinst dort gähnend und kratzend und desinteressiert, dann erscheint das so, als würdest du nicht daran glauben, dass es existiert. Wenn du wüsstest, dass das Göttliche eine Intelligenz voller Liebe ist, es ist Bindegewebe aller materiellen Dinge. Es ist die ganze Zeit präsent. Aber du musst es mit der gleichen Energie treffen. Dein Mind muss mit seinem Mind übereinstimmen. Deine Lebenslust muss auf seine Lebenslust treffen. Dein Wille muss seinem Willen nahe kommen. Und wenn du das tust, und wenn du wirklich dieser Intelligenz näher kommst, dann wirst du wohl kaum gähnen. Es wird nichts jucken. Du wirst erstaunt sein von der Großartigkeit. Viele Leute packen es nur halbherzig an. Sie wollen es nicht wirklich anpacken. Oder sie denken, sie seien müde. Das ist der Körperverstand, der da spricht und dir sagt, dass du es nur halbherzig anpacken sollst. Aber wenn du wüsstest, dass du etwas Neues erschaffen kannst, indem du deine Energie veränderst, und wenn du wüsstest, dass du dich mit dieser realen Intelligenz verbinden kannst, was würdest du zu dem Treffen mitbringen? Du wärst bestimmt pünktlich. Du wärst präsent. Du wärst engagiert. Du würdest dich benehmen. Du würdest nichts und niemandem erlauben, dich abzulenken, wie bei einem Rendezvous mit einem Lover. Du würdest dieses Treffen auf keinen Fall verpassen wollen. Du würdest Berge versetzen, um genug Zeit für diese Person zu haben. Wir sprechen hier über prima Materia. Wenn du auf so eine Weise zum Treffen aufkreuzt, dann sagt dir dein Programm, dass du gar nicht an diese Intelligenz glaubst oder dass du sie nicht erreichen kannst oder dass es zu schwierig ist oder dass es zu viel Arbeit ist und all diese Ausreden. Wenn du aber sagst, ich brauche kein Frühstück, ich brauche kein Kaffee oder Tee, ich brauche den Schlaf gar nicht, ich brauche die Dusche nicht, ich will jetzt mein Mobiltelefon nicht, ich will meinen Komfort nicht, ich will keines dieser Dinge, ich will dich, ich will dich mehr als alles andere. Dir gilt jetzt meine Zuneigung. Und du gibst dein Bestes. Ich meine, sieh es so, Leute treten vor den Altar des Göttlichen und sie beschweren sich dauernd. Sie betteln für Dinge. Ich meine, würdest du mit einer solchen Person eine Beziehung eingehen? Jemand, der dich ständig um Dinge bittet und dich bittet, etwas zu tun? Jemand, der immer etwas braucht? Jemand, der bettelt? Früher oder später wirst du sagen, ich habe für sowas keine Zeit. Du hast auch nicht mal eine Verbindung hergestellt. Also verbinde dich mit dieser Intelligenz. Du musst verstehen, dass du dich ihr anpassen musst. Du musst eine Verpflichtung eingehen, wenn du dich hinsetzt. Du musst dich hinsetzen wie ein vornehmes Wesen. Du musst dich trennen von allem und jedem. Du musst dir sagen, das ist jetzt meine Zeit. Ich investiere meine Zeit in das Göttliche. Ich lenke meine Aufmerksamkeit auf das Unbekannte und ich will Resultate in meinem Leben sehen, die es mich wissen lassen, dass diese Intelligenz real ist. Ich werde mir die Zeit nehmen, mich mit ihr zu verbinden und so wie sie zu werden und mich mit ihr zu connecten. Und keine Person, keine Sache, kein Ort, kein Erlebnis wird mich meiner Aufmerksamkeit berauben. Und jetzt wirst du ein elektrisches Signal erfahren, als ob du ein wildes Pferd besteigst, das umklammerst und ihm die Sporen gibst. Lass uns fortreiten. Das Pferd weiß jetzt, dass es nicht mehr die Kontrolle hat und nicht mehr der Mind ist, dass jemand mit einer höheren Intelligenz jetzt die Kontrolle hat und der Mind ist. So viele Menschen wurden konditioniert zu glauben, sie seien machtlos. Sie glauben, ihre Gedanken würden nichts bewirken, ihre Gefühle würden nichts bewirken. Sie glauben, dass ihre Taten nicht wahrgenommen werden. Sie glauben, sie seien unsichtbar. Sie wurden konditioniert zu glauben, dass sie wertlos und kraftlos sind. Was überhaupt nicht der Fall ist. Setz dich hin wie ein würdevolles Wesen. Kontrolliere den gegenwärtigen Moment und sag dir, die nächsten 45 Minuten oder die halbe Stunde oder 20 Minuten oder die ganze Stunde, das gehört mir. Das ist, wer ich werde. Und du stehst nicht auf, bevor du diese Person bist. Dein Körper wird es früher oder später kaum erwarten können, sich zu verbinden. Das Gefühl wird elektrisierend sein. Und ich verspreche dir, du wirst nicht gähnen, dich kratzen oder dergleichen. Du wirst diesen Pfad verlassen. Das ist bloß der Körper. Und der Körper braucht einen Lehrmeister, der eingreift und sagt, das ist meine Zeit und wir tun es auf meine Weise.